Jazz Frühschoppen in Rheinbach, genauer gesagt im Waldhotel Rheinbach, ein beliebtes Ausflugsziel in einem schönen parkähnlichen Garten gelegen. Und mit vielen Unterhaltungsmöglichkeiten, wie uns Jens Pfannkuch erklärt. Unter anderem findet hier im Hause jeden Sonntag zwischen Mai und September unser Jazz Frühschoppen im Biergarten statt. Den richten wir bei Wind und Wetter immer im Freien aus und erfreut sich mittlerweile sehr großer Beliebtheit. Wie wir heute zum Beispiel auch sehen werden, haben wir heute die Köstritzer Jazz Band hier im Hause, über die ich mich sehr freue. Die ist nicht nur bekannt aus Funk und Fernsehen, sondern macht auch wirklich gute Musik und wir werden gleich sehen, welche Kulisse das im Biergarten auch bietet. Der Biergarten, ein Kleinod vor den Toren Rheinbachs und mitten im Wald gelegen. Ja, so macht der Sonntagmorgen Spaß. Ja, ich bin Jazz-Fan und man hat hier die Möglichkeiten, sonntags immer schöne Bands zu treffen, Musik zu hören und das ist für die Region hier in der Voreifel eines der schönsten Biergärten, die wir hier aufweisen können. Das ist eine tolle Sache hier. Ja, ferner haben wir im Waldhotel, wie der Name schon sagt, auch ein Hotel mit 16 kleinen, feinen Zimmern oder besser gesagt großen, schönen Zimmern und Balkonen. Alle Zimmer sind klimatisiert, haben fast alle Balkone und einen schönen Blick in den Wald. Darüber hinaus gibt es ein Restaurant, unser Restaurant Cox. Das haben wir benannt nach dem berühmten Apfel, der ist nämlich hier in Meckenheim gezüchtet worden und auf unserer 1,6 Hektar großen parkähnlichen Fläche befinden sich allein 120 verschiedene Apfelbäune. Ferner ist dieses Haus mittlerweile erste Adresse für Hochzeiten geworden. Der Saal mit fast 300 Quadratmetern bietet 200 Leuten Platz für Feiern mit Tanzfläche. Hinzu kommt eine eigene Terrasse für den Raum, ein sehr exklusives Ambiente. Ebenfalls zu unserem Portfolio im Haus gehört unsere Bar Lounge 1880, eine kleine, feine Hotelbar mit ausgesuchten Spirituosen. Und auch die Fotografen freuen sich immer wieder hier zu sein, da es wirklich zahlreiche Motive gibt, die man mit den Brautpaaren hier direkt auf dem Grundstück abfotografieren kann. Die Musik ist immer hervorragend, vor allem wenn wir hier Frühschoppen haben, gehen wir immer hin. Es ist so tolle Bands hier immer und es ist immer Publikum da und wir sind wirklich fröhlich immer hier. Wir sind fast jeden Sonntag hier. Die Musik ist superklasse, immer nette Leute und alle sind gut drauf. Jazz Frühschoppen im Waldhotel Rheinbach. Ein heißer Tipp.